und weiter geht's mit unseren abenteuern in prismania city ich bin schon extrem gespannt was jetzt hier als nächstes auf uns wartet ich glaube wir müssen so das team rocket bekämpfen und von daher würde ich mich jetzt hier einfach mal in richtung spielhalle orientieren da sollte eigentlich hinter dem poster mit der rakete drauf ein schalter sein was ich hier mache fragst du ja ich bin ich bin gerade für den rückweg von der arena von prismania city ja genau ich als arena leider nicht ich nehme ich sehr großen wert drauf mit meinen kolleginnen natürlich auszutauschen austausch halt so bin ich eben ein profi durch und durch ja leider sehen dass meine kollegen nicht alle so diesmal bin ich zumindest diese marmoria cracker waren als mitbringsel gedacht hier du kannst sie haben bekommen die gibt es ja die gibt es ja wirklich als spezialität als loxus speise auf der ms anne von daher gut dass wir hier einfach mal so welche mitbekommen haben wenn ich marmoria cracker knapper kriege ich immer ganz trockenen hals trinkt daher am besten ein schönes tästchen tee dazu du als tee von rocco endlich perfekt jetzt haben wir endlich t bekommen das ist von der warte her sehr gut weil wir mit dem tee auf flicks ich wollte drei tasse tee für den wachmann aufheben er sah so lustig aus ja genau das ist genau das meinte ich genau das meinte ich mit dem tee können wir jetzt zu dem wachmann gehen und können an dem wachmann endlich vorbei kommen und dadurch einfach wesentlich schneller durch die ganze welt hier durch kanto durchkommen so wenn ich jetzt mal hier kurz und rein geht aber glaube ich eine karte hier oben in der ecke ich komme zwar auch vom hauptmenü sage ich mir mal auf die karte mit drauf aber das hier finde ich einfach wesentlich nahe jetzt ist hier im prinzip überall der weg nach safronia city frei wir können jetzt hier ohne probleme nach safronia city gehen und müssen uns deswegen jetzt hier entscheiden wollen wir in prismania city bleiben wollen eventuell gegen team rocket kämpfen team rocket herausfordern oder wollen wir quasi die weltweiten und jetzt also erstes erstmal in die anderen stelle ich würde sagen wir kümmern uns jetzt hier einfach erstmal um das team ich meine das hat irgendwo priorität und wenn wir jetzt schon einmal hier in der stadt sind dann können wir gleich mal mit erledigen so ich finde es aber noch so schade ich finde es so dermaßen schade dass es hier dieses mini game einfach nicht mehr gibt und die möglichkeit einfach nicht mehr gibt sich schon relativ early im game in dratini zu holen zu holen zu holen man klar als als gerrieich können wir die pokémon einfach gar nicht mit einsetzen können die gar nicht nutzen wird aber es ist schon ist schon wirklich schade dass es das nicht mehr mit ins hauptspiel hier in das remake einfach mit rein geschafft hat so radikal ich würde sagen wir arbeiten verstärkt mit quälzonen also wenn ich hier richtig liege dann tut quälzone im prinzip einen protektor mit aufbauen das heißt wir hauen einfach mal ordentlich massiven schaden auf den gegner drauf machen gleichzeitig ein protektor mit hin so dass wir von physischen attacken wenig schaden bekommen wenn dann noch irgendwo der gegner steht sag ich mir mal können wir mit flackerbrand den auch noch brennen lassen das führt dann dazu dass auch noch mal die physischen attacken weniger damage verursachen es ist so dermaßen heftig die kombi hier einfach und von daher wenn wenn evoli einfach sage ich mir mal vollgehalt ist dann sollten wir hier keinerlei probleme bekommen und immer ordentlich aufgestellt sein ich muss dringend mit dem boss wenn du hier einfach stehen geblieben wärst dann wäre ich nie an das plakat hier angekommen hinter den posters und schalter entschließt sich den schalter zu betätigen ja gerne gerne sehr sehr gerne aber bevor wir uns jetzt hier in das hauptquartier von team rocket wagen es muss ich das auch mal auf der zunge zergehen lassen die marocke dass die gefährlichste kriminelle organisation die es in kanto gibt die es hier in der ganzen region gibt und wir als zwölfjähriges kind marschieren da einfach rein und wir sind da wir wollen hier unsere trago so retten was wir in der einen stadt gesehen haben ich habe gesagt und das ist auf jeden fall die geilste stadt und von daher würde ich mich jetzt hier sehr sehr gerne erst mal mit ein paar über trinken eindecken also jetzt nicht irgendwie 100 stück oder so holen aber wenigstens zehn geschenkartikel accessoires getränkeautomaten trainer abteilungen und und videospiele wir wollen in die erste etage in die trainer abteilung auch das steht sogar perfekt ich dachte ich muss immer auf das plakat gucken wenn ich wissen will in welche etage aber anscheinend gibt es dieses plakat auch in den fahrstühlen so hallo ihr leutchen ich hätte hier gerne was tms na ich bin da ich bin eigentlich ehrlich gesagt wirklich hier zufrieden mit den attacken die alle pokémon beherrschen ich will nur ein paar tränke nicht viel nur ein paar tränke ja hier hypertrank da würde ich da würde ich sagen nehmen einfach mal 10 sollte eigentlich reichen ich meine wir können jetzt im prinzip sämtliches geld was wir übrig haben in die hypertränke reinstecken vielleicht noch ein bisschen in schon heilmittel reinpacken wobei das wäre echt keine schlechte idee ja ich will noch was kaufen einfach damit wir ordentlich vorbereitet sind hyperheiler sind am besten da kann man im prinzip nie genug davon haben nehme ich mal 30 mit und das hänge ich für das komplette abenteuer ausreichend ich tue in vielen games einfach mich viel zu selten darauf vorbereiten was jetzt so als nächstes kommen würde was sind was die nächsten kämpfe bereithalten und dass ich da einfach quasi vorteile durch items habe weil ich meistens das gefühl habe in den games dass man wenn man sich minimal gedanken macht welche attacken man einsetzt bevor die kämpfe starten dass man dann schon wirklich relativ gut aufgestellt ist und dass man da relativ weit kommt in den games so auch in pokémon vor allem pokémon let's go ich habe das gefühl dass es wesentlich einfacher gestaltet noch als die ersten teile ein flugkörper der zu unserem namen passt ich verstehe nur bahnhof james man das ist echt eine lange leitung ist gut ich gebe dir noch ein tipp der name des flugkörpers reint sich auf pakete das passt irgendwie ehrlich gesagt nicht so ja klar ich klar rakete reint sich auf pakete aber ich finde es passt nicht wirklich so dass jesse die langsam ist und james so der wieso verstehst du das nicht so voll easy bei den filmen im anime habe ich eher so das gefühl gehabt dass es anders gemacht dass jesse eher so sag ich mir mal der chef von den beiden ist und dass james so ein bisschen ein bisschen am rumtrollen ist ein bisschen langsam so wie wollen sie gegen euch kämpfen drüber von team rocket setzt goldbert ein ich wir haben natürlich nichts effektives ich meine wir sollten trotzdem relativ gut zurecht kommen ja einfach aber wir haben nichts effektives gegen die ich würde ich würde hier wirklich verstärkt mit quälzonen einfach arbeiten wollen weil ich das gefühl habe einfach dass das uns das so dermaßen weiter sonst ist so dermaßen entgegenkommt wenn wir uns hier einfach vor den physischen attacken bewahren es gibt so wenig pokémon die team rocket einsetzt die auf spezial attacken setzen und von daher denke ich mir immer können wir quälzonen hier definitiv sehr sehr gut gebrauchen blubsauger wird uns auf jeden fall auch in diesem ganzen gebäude ist super weiterhelfen weil alles was wir einsetzen können was uns heilt gold wert ist so dermaßen gold wert die möglichkeit hat man in den meisten pokémon kämpfen einfach überhaupt sich mit einer attacke selbst heilen kann und wenn die attacke dann auch noch schaden verursacht so mega krass gut es ist so meiner meinung nach immer der einer der größten vorteile von pflanzen pokémon dass man bei pflanzen pokémon dann mega sauger giga sauger erlernen kann und so weiter und man sich mit der attacke quasi selbst teilt und schaden noch mit auf den gegner drauf bekommt normalerweise wenn man eine attacke hat die einen selber heilen kann dann ist das wie genesung erholung und das ist eigentlich immer so eingestellt vom spiel direkt dass man von der heilung sag ich mir mal in anführungszeichen nachteile davon trägt wir haben jetzt zum beispiel nicht so laut ist ja auch niemand gefolgt gut ich will nämlich eine schöne spionin auf undercover mission musst du wissen was macht denn ein kind wie du an einem gefährlich an einem so gefährlichen ort ich will team rocket besiegen weißt du was als kleines andenken an unser treffen kriegst du von mir ein geschenk du hättest das rocket set von der schönen spionin du verstaust das rocket set in deinem klamotten cover wenn du das trägst siehst du gleich wie ein echtes mitglied von team rocket aus aber bei deiner größe merkt man allerdings sofort dass es nur eine verkleidung ist und die bekämpfen dich trotzdem alle wie wild ach man wenn du jemanden verrät dass ich eine spionin bin dann setzt was okay also die spioniert team rocket aus deswegen hat sie uns hier auch was geschenkt ich ich würde mir gerne mal angucken ich würde mir gerne mal angucken was wir hier für neue klamotten bekommen haben weißt du was eigentlich immer super kopfbedeckung was kann man hier nehmen da gefällt mir ehrlich gesagt die rockmaske überhaupt nicht sondern die matrosenmaske irgendwo mit am besten ja dies dies so schön bunt oberteil sportlich passt nicht zur kappe matrosenurteil passt logischerweise das formell sieht aber ehrlich gesagt nicht bad aus und rocket oberteil auch echt gut ja ich würde sagen wir wir nehmen mal das rocket oberteil sieht aus wie ein leder dass er das muss ja nicht unbedingt für team korrekt stehen ich meine wir können wir können auch die wir können team rustikal sein die rustikalen hose sportlich matrose formell rocket shorts ich glaube die rocket shorts passen da eigentlich auch sehr gut dazu wobei die weißen rosen definitiv auch gepasst hätten was hier das gibt einen schönen kontrast ehrlich gesagt aber ich weiß nicht ja ich würde ich würde mal ich würde mal anziehen weil es einfach so einen schönen kontrast gibt aber die die mütze dass ich einfach die ganz normale mütze die wir so haben drehen mit y unser rucksack die rock ja okay die rocket tasche hat ja mal sowas von dermaßen gar nichts mit team rocket zu tun und gefällt mir ehrlich gesagt hier sehr sehr gut rocket kappe und der formelle gut ja ja besondere dank geht an dieser stelle raus an die beiden scheinen die fixe gg mcnuggets und x barney g vielen dank leute